so ja ich würde sagen wir sehen uns gleich im kampf ich hab jetzt mal wieder let's go drachim gefunden zettelstift wait a second wait a second die haben noch kein stift so da seiner so nicht ich hoffe ihr habt das team im video gesehen das ist wie gesagt sehr wichtig damit ihr meinen plan versteht match day 9 da ist es ja wollen wir nehmen wir let's go ja herr von so und er hat dabei okay er hat kick die und ding ist dabei okay cesurio rosa rade mark brand zum packs kick die und trifft sepeli okay ähm ja wie gesagt ich habe den gameplan ich hoffe er wird aufgehen wäre natürlich geil wäre natürlich richtig fein aber er hat kein esstiermann dabei sehe ich gerade krass okay ähm ja so ich denke mal erst fertig also wir sind auf jeden fall fertig 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 und so let's go let's go komm wir müssen gewinnen denn das ist hier so ein bisschen ja ja wenn ihr die tabelle ein bisschen mit verfolgt große rade das ist natürlich jetzt nicht so geil ähm 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 er könnte direkt auf gift gehen er könnte direkt auf gift spitzen gehen und oder auf gift schock wir wechseln lieber raus wir brauchen unbedingt noch äh ne cross mal für rosa rade bishop ist in ordnung es ist natürlich jetzt ein bisschen kritischer ähm wir sind timid was macht denn was macht denn heat wave macht damage aber ich glaube wir gehen hier einfach einmal auf rinke schmied er könnte abschlag drücken schwer tanz okay 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 so wir müssen jetzt nur treffen wir treffen das sollte reichen yes es reicht es reicht so cesurio ist weg das ist schon mal gut so wen will er jetzt reinschmeißen er muss ja irgendwie trifft zeppeli oder kickli swamp hurt das ist okay denn wir haben den gigasauger drauf da ist das ding weg crit ich weiß nicht ob er gemattert hat aber glaube ich eher weniger ich kann es ich ich kalk mal nach giga drain na das hat glaube ich wirklich gemattert ich glaube das hat gemattert so ähm mag brand ich drücke gift shock bin auf plus zwei ah ist 50 sollt wir tanken tanken wir gut kein burn ja jetzt wird natürlich matchbombe besser so da ist mag brand weg ähm wen wen soll er drift blüm ähm ich denke mal wir gehen hier auf hitzewelle zio kinese tanken wir eigentlich tanken wir das ist gut aber der ja gut der ist mir eigentlich egal so wir müssen jetzt nur treffen müssen nur treffen ja wir treffen das sehr geil sehr geil komm 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 yes oh ladies and gentlemen oh my god ich will noch nix zum früh loben äh hitmonlee wir sind nicht schneller wir sind normalerweise nicht schneller mogelheb ähm ja das killt ja ok äh entlastung das ist gut so ähm so wir sind jetzt noch langsamer ich drück mal trickbetrug ok 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 aber damit sollten wir jetzt schneller sein ok er ist schneller hä ähm wieso ist er denn schneller ähm hm oh nein ey ähm so so mhm hitmon lee gegen ein tyranitar 180 im pisch so sollten wir oh ne tanken wir nicht tanken wir nicht das ist ok ähm ähm ich denke mal wir drücken einfach jetzt mal solarstrahl müssen wir abschlag hey das hat das gemattert ah ne hat nicht doch der hat gemattert holy shit der hat gemattert ähm ja close combat wird so ein damage drücken scheiße entlastung man scheiß entlastung na reicht noch nicht tanken wir das ist sehr gut das ist sehr gut das ist sehr gut oh wer auf nahkampf gegangen holy crap holy crap wäre er auf nahkampf gegangen holy macaroni alter schwede alter schwede boah mein herz ne das pocht gerade alter schwede alter schwede ja was soll er machen was soll er machen tanken wir wir sind spezial defensiv das ist sehr gut so so ja geilo schmeilo gewonnen dank gustav gustav war der man of the match alter alter hat ich habe immer noch herzrasen leute holy shit holy shit das war echt ein flottes game aber mega geil auf jeden fall ich dachte diese entlastung nach abschlag würde wohl reichen aber anscheinend nicht ich bin zwar wohl doch ein bisschen langsamer gewesen als ich kalt das jetzt nach gerade war ähm specs 180 180 ja ich habe mich ja ich habe auf ja ja hätte ich 228 wäre ich schneller gewesen na verkackt na egal wir haben 3-0 gewonnen ey ich bin so alter gustav die Maschine ja ja aber auf jeden Fall mega geiler kampf heftig heftig boah ich muss erstmal klarkommen ja Leute ich muss mir jetzt erstmal abmoderation machen Leute vielen Dank für den Support bislang und ich hoffe euch hat es gefallen ich muss mir das Video gleich nochmal ich weiß gar nicht mehr was gesagt habe aber auf jeden Fall lasst Kommentare da ne und boah Leute heftig heftig ja auf jeden Fall ja haut rein bleib gesund bis zum nächsten mal und ciao bis zum nächsten Bis zum nächsten Mal.